Weiter geht es mit einer neuen erotischen Folge Zombie, denn ich bin kein Mann mehr, sondern eine Frau. Man sieht es an meinen zarten Händen, wir mussten ja den Charakter wechseln, weil ich gestorben bin. Immer wenn man stirbt, bekommt man einen neuen Charakter. Mein Inventar ist weg, das müssen wir uns jetzt besorgen und ich als schicke, elegante Blondine bekomme das schon irgendwie hin. Könnte sein, dass wir hier vorne sind. Der sieht so aus, als hätte er meinen Bob. Ja, hier waren wir drin, hier war alles leer. Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung. Ein wenig Kunst. Gut, Kumpel, hast du meinen Bob? Bist du der Typ mit meinem Bob? Auf jeden Fall bist du der Typ mit meinem Bob. Erstmal einen Schlag in die Fresse geben. Noch einen Schlag in die Fresse. Noch einen. Ja, der ist ganz schön zäh. Immerhin muss ich mich selbst töten, klar ist der zäh. Komm schon, Fucker. Ey, komm, wie viel hält denn der aus? Das kann sich noch eine Weile hinziehen. Na, endlich. Okay, schnell, schnell, schnell. Also, mein ganzer Kram ist noch hier. Wir nehmen das hier mit, das hier mit, das hier mit, das hier mit, das, 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 und das, und das lassen wir liegen. Denn, ich hab gehört, die brauchen wir nicht unbedingt. Okay, wir sind hier stehen geblieben. Da oben rennt noch ein Zombie rum, der ist ziemlich mies unterwegs, der soll mal schön hier runterspringen. Kollege, komm mal hier runter zu mir. Komm mal runter zum Daddy Kies. Naja, jetzt Mama Kies. Wir könnten die Knarre hier leer machen. Oh, dass ich den hier nicht wegwerfen kann. Was soll ich damit, der verdammte Schläger? Wir machen sie leer. Wir dürfen halt nicht nachladen. Und er kommt. It's raining zombies. Netter Dreher. Netter Schuss. Der war gut, oder? Der hat gar nichts. Enttäuschung pur. Okay, die Waffe hier schleudern wir weg. Was, die kann ich auch nicht wegwerfen? Ach, das ist doch alles Beschiss. Zwei Sachen, die ich nicht wirklich brauche. Die andere Waffe war gepimpt, ich weiß, aber... Aufgeschissen. Wir haben die mit Schalldämpfer, die ist deutlich cooler. So. Moment. Hier drüben haben wir eine Klappe. Wir gehen mal ganz schnell... Boah! Meine Güte, mein fucking Herz! Jeder Scheiß hier in dem Spiel jagt mir die pure Panik. In mein Leib. Nicht nach unten fallen, Kies. Nicht nach unten fallen. Der Riegel! Der Kuchen! Ich nehme ihn mit. Ich werde ihn brauchen, mein... Nein! Bin ich jetzt hier gefangen? Nee, oder? Nee. Nee, es geht noch. Es geht noch. Wir nehmen den Weg hier. Denn das hier dürfte nicht wehtun. Jetzt bin ich hier. Ah, und jetzt kann ich hier hin und dann... Gut. Vorsicht hier hin. Meinen Knien geht's gut. Und von hier aus kann ich hier runterspringen. Und das tut nicht mal weh. Okay, ich kenne den Weg. Mann, ich mag sowas. Altbau, Stuck. Sieht wirklich schön aus. Ich habe mal in einer Wohnung gewohnt. Leider nur kurz. War auch Altbau. Wunderschöner Stuck. Das sah echt wunderschön aus. Ähm, Moment. 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 Kann ich hier runterspringen? Ohne... Ja. Ohne große Verletzung. Aber wie komme ich denn hier rein? Das ist die große Frage. Wie komme ich hier rein? Hm. Ich habe keine Ahnung. Scan. Kleiner Scan. Da vorne kommen die Zombies. Schnell nach unten. Schnell nach unten. Schnell nach unten. Mädel. Mach mich hier nicht schwach. Du bist hässlich. Du hast eine Klatze und einen Eierkopf. Jetzt siehst du aus wie ein fucking Frühstücksei. Frisch aufgeschlagen. Bam. Dein Gehirn verteilt auf dem Boden. Boah, wenn ich den hier in die Flammen irgendwie reinlotsen könnte. Brennen. Komm schon. Der brennt nicht. Was für ein Überzombie. Er brennt, er brennt, er brennt. Interessiert ihn aber null. Wie die Alte schreit. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Das ist mir ein bisschen zu viel. Zu sexuell. Und jetzt. Fuck the police. Ach nee, da kommen noch mehr. Warum brennen die nicht? Warum brennen die denn nicht? Dein scheiß Hut müsste brennen. Leer. Leer. Entweder sind hier drüben ganz viele oder es sind Ratten oder es sind Vögel. Na, was haben wir hier? Projekten fand ich in den heißen, entzündeten Bereichen der Leisten, der Achselhöhle und dem Rachen Taschen, angefüllt mit reichlich fauligem Eiter, welch ich für weitere Investigationes entnahm. Okay, das sind keine Rechtschreibfehler, denke ich langsam, sondern sehr altertümlich geschrieben. Ach ja, stimmt ja, U und V und sowas. Und das J und das I. Oh. Muss ich hier hin? Kleiner Scan. Kleiner Scan, Freunde. Hier wird ein bisschen rumgescannt. Ja, es könnte mir kein bisschen weiterhelfen. What? Wo ist denn der Weg? Durch die Flammen? Flammen Jump? Da war hier oben noch irgendwas. Ah, warte, was ist das hier? Ein Kissen. Ja, das ist irgendwie sehr alterstümlich geschrieben. Das muss so sein. Aber jetzt ist halt die große Frage, wo geht's denn hier weiter? Hm. Ein Loch im Boden. Und hier oben? War hier oben irgendwas? Irgendwas, das mir irgendwie weiterhelfen kann? Der Pfeiler sagt, wir sollen hier hin. Aber wieso dann der Weg? Wieso dieser Raum? Oder war das genau die Notiz, die wir brauchten? Haben wir hier irgendwo eine Missionsbeschreibung? Ich verbrenne mir hier irgendwas, oder? Wenn ich da runterrutsche. Haben wir einen Plan B? Nee. Och, bitte. Bitte, ich will jetzt hier nicht krepieren. Oh, ich kann da gar nicht runter. Nee, ich kann hier gar nicht runter. Okay, es gibt gar keinen Weg zurück. Aber wo? Hä? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Meine wunderschönen Beine, die übersehe ich nicht. Also, hier ist auf jeden Fall Ende. Hier ist Ende. Wir können nie wieder zurück. Und der Raum hier drüben, der brennt. Kann ich ganz schnell durch die Flammen jumpen? Flammen jump? Deiner Flammen jump? Ach, hier drüben ist eine Tür. Oh, wie kann man die denn bitte schön übersehen? Och, nee. Muss das sein? Ich hätte eine Granate genommen, hätte ich das gewusst. Shit. Daneben. Nicht daneben. Okay, ich muss Munition sparen. Ich muss Munition sparen. Fall um. Fall um. Nice. Wir plündern. Ganz schnell. Briefe der Queen. Briefe des Squeeves. Warte. Leer. Wie alles. Wie meine Seele. Leer wie meine Seele. Ah, Helm. Fuck you, Helm. Hier wird nicht gebissen. Hier wird absolut nicht gebissen. Ich mach dich handzahm. Scan. Objekt. Objekt hier oben. Frage. Wie komme ich da hin? Antwort. Hab keine. Nee, wie komme ich hier hin? Jeder normale, gesunde Mensch könnte hier sich hochziehen. Ja, wirklich jeder. Nur eben sie nicht. Wahrscheinlich, weil ich blond bin. Okay. Okay, okay, okay. Oh. Die Kranke muss gebändigt werden und ist durch kein Kräuterabsud zu besänftigen. Sie scheint unersättlich und nichts, was ich ihr gebe, kann ihren ungeheuerlichen Appetit stillen. So als würde sie von einem schändlichen Impuls getrieben, alles Leben in ihrem Umkreis zu verschlingen. Gestern befreite sie sich von ihren Fesseln und hätte unser Pferd lebendig ausgeweidet, wäre ich nicht bei Zeiten beigesprungen. Mich schaudert angesichts des erbärmlichen Loses, zu dem der Mensch verurteilt ist. Eine wandelnde Hülle, ein leeres Gefäß, das nur existiert, um seine Gier nach Fleisch zu stillen. Ja, im Grunde nichts anderes als ein YouTuber. Wir ersetzen das Wort Fleisch mit dem Wort Klicks. Wo war ich? Sie müssen verzeihen, ich bin ein bisschen zerstreut. Ah ja, Dr. D. John D. war Wissenschaftler, Alchemist und Naturphilosoph zu Zeiten Elithubus der Ersten. Vielleicht sogar Spion. Unglaublich. Und wissen Sie, Dr. D. schrieb eine Warnung bezüglich dieser Seuche. Oh, Entschuldigung, ich muss. Die dunkle Prophezeiung. Der tote Zombie. Und die Landmine. Geschichten, die das Leben schreibt. Oh, ich hätte sie gerne, aber irgendwie, was, 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 die Pistole, die muss endlich weg. Dieser Rotz, der ist nur im Weg. Ich wette, wir kommen dann oben bei dem Schacht wieder raus. Ich meine, wir haben ja die Flammen im Weg, es muss ja so einen Weg geben. Alles andere würde hier keinen Sinn ergeben. Und dann kommen auch wieder neue Zombies und wir haben wieder neue Probleme. Aber ich mag das Level-Design. Also mir persönlich, mir gefällt das Spiel. Bis jetzt spiele ich sehr, sehr gerne. Es ist halt ein bisschen ruhiger, aber es ist trotzdem ein gutes Zombiespiel. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Der war direkt an der Kante um die Ecke. Wie dreckig ist denn sowas? What? Ah. Oh. Yes! Rucksack. XX fucking L. Ich werde mir sowas von die Mine holen. Zombies? Ich hole mir die Mine. Und wo geht's hier hin? Ich hole mir erst mal die Mine. Tja. Endlich. Mein Bob wurde geupgradet. Der Zombie ist weg und er hatte die Mine. So ein verdammter Dreck. Oh Mann. Okay, ich nehme alles zurück. Ich hasse dieses Spiel. Empfehlungen aus De Rimedi Secreti folgend. habe ich den Eiter zu einem trockenen Pulver reduziert und als die Kogt dem Subjekt injiziert. Gott möge verzeihen, dass ich mein eigen Weib Subjekt nennen. Dabei stellte ich fest, dass es das schwarze Blut in den Gefäßen zurückdrängt. Ich gewahrte die Röte ihrer einst rosigen Haut durch den Schleier der Krankheit. Doch, Gott sei's geklagt, erlag sie einem letzten Anfall und hörte schließlich, Gott sei's gedankt, für immer zu atmen auf. Gebe Gott ihrer Seel Frieden. Ich bin überzeugt, dass dies Werk praktische Hinweise enthält, die zu einer Lösung führen. Möglicherweise den Schlüssel zu unser aller Heil. Gut zu wissen. Moment, jetzt komme ich aber ein bisschen weiter raus als erwartet und zwar nicht bei dem Gerüst, oder? Jetzt bin ich wieder hier, wo wir damals die Armbrust gefunden haben, nämlich der geheime Raum der geheimen Räume. Man möge mich bitte drehen. Los. Drehe mich, Knechtus. Jetzt, komm schon. Und, wo sind die Zombies? Zombies! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh, der Rucksack ist wirklich das Beste, was ich je gefunden habe. Und, wie viel kann ich jetzt mehr mitnehmen? Riesig. Ach ne, das Medikit ist riesig, der Rucksack nicht. Das Medikit. Ähm, hier drüben sieht man's. Zwei! Wow! Der Rucksack ist doppelt so groß und kann zwei Sachen mehr tragen. Ob wir neue Gegner haben? denn das Gebiet hat dich ja gesäubert. Du hier bist tot, oder? Definitiv. Dog! Ich hab kein gutes Gefühl. Es könnte sein, dass der Dog auch tot ist. Das wäre durchaus möglich. Kein Funkkontakt? Normalerweise war der doch immer am reden. Doktor? Oh, shit! Oh, hallo. Oh, wie ich sehe, haben Sie gestern das Buch gefunden. Ich hoffe, es gab keinen Ärger. Reichen Sie's durch, ja? Okay, der Mann ist infiziert. Das ändert alles. Und, Doc! Oh, warten Sie. Okay. Da ist noch was. Das Ding, das Sie da haben, sieht aus wie das, was die Omega-Jungs rumtragen. Würden Sie mal rüberkommen, um diesen Infizierten mit mir zu scannen? Wir brauchen eine vollständige Analyse, um die infizierte Drüse zu isolieren. Okay. Ah, ja. Ah, ja. der menschliche Körper ist wirklich faszinierend. Selbst wenn alle Lebensfunktionen erloschen sind, kämpft er weiter gegen die Infektion an. Fantastisch, hä? Okay, scannen wir jetzt permanent, automatisch. Das wäre gut. Auch wenn es ein bisschen nervig ist auf Dauer, aber trotzdem, das wäre gar nicht mal so schlecht. Okay. Der Kollege hier, den sollen wir zapfen, oder was? Anscheinend. Wie komme ich denn hier am besten rein? Doc! Open. Oder müssen wir den anziehen? Schutzanzug? Hätte ich kein Problem mit. Schutz geht vor. Kinder, Schutz geht vor. Ja, immer schön was überstülpen. Doktor. Oder muss ich hier irgendwas machen? Ganz im Ernst. Doc! Was? Öffnen. Ist zu. Anzug. Kann ich nicht anziehen. Aber ich muss doch in diesen Raum. Die Kiste hier drüben. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Habe ich irgendwas hier nicht genommen? noch irgendwas hier drin? Oder müssen wir hier hin? Nein, hier müssen wir nicht hin. Hier hin? Nein, hier müssen wir ebenfalls nicht hin. Also, Doc! Ich soll doch eine Probe nehmen. Warte, 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 warte. Vielleicht muss ich irgendwas mit meinem Pet hacken, machen. Versperrt. Ja, wäre ich nie drauf gekommen. auch versperrt, wäre ich auch nie drauf gekommen. Ich muss sagen, ich bin absolut verwirrt. Moment, den da hinten kann ich auch noch scannen. ein Augenblick. Ein Augenblick. Meine Mission. Scanne den infizierten Patienten. Oh, scannen. Ich dachte, ich muss da rein und die Spritze im Reihen dödeln. Sie müssen ihn erst von seinem Elend befreien. Füllen Sie die Spritze dann mit den Antikörpern aus der infizierten Blüse. Hey, halt durch, ja? Okay, jetzt muss ich ihn töten. Jetzt. Das ist kein Problem. Ich bin darin sehr geübt, Zombies zu töten. Und schon ist der Kollege erledigt. Und einmal rein ins linke Ei. Da ist nämlich die Zombiedrüse. Okay. ein zweites Buch. Das Studium Contagione. Das Studium der Infektionen. Von die höchstpersönlich. Sehr selten. Aber ich weiß, dass Ron Friedman eine Kopie besitzt. In seiner Wohnung. In der Bricklane. Ron gehört zu den Raben. Wissen Sie? Und da soll ich jetzt hin und das Ding holen. Ich komme hier raus. Noch ein anderer Weg in die Bricklane. Da waren wir schon wieder zurück. Ich würde ganz gerne auch mal wieder zum Safehouse. War nicht irgendwo hier? Hatten wir mal einen Gully hier in der Gegend? Bricklane. Zu. Aber hier sind doch die Bricklane Wohnungen. Ok. Moment. Moment. Die Karte macht mich heute ein bisschen wahnsinnig. Leicht wahnsinnig. Milde gesagt. Wir müssen tiefer gehen. Wir sind jetzt hier minus eins, aber wir sollen minus zwei. Wie komme ich denn bitte schön auf die minus zwei? Denn hier geht es ja nur nach oben. Ok. Hier komme ich raus. Aber das soll ich gar nicht hin. Moment. Karte. Haben wir eine größere Karte? Wir haben. Also. Wir sind hier. Und wir sollen in die Bricklane Missionsziel hier drüben. Aber hier wie es scheint haben wir einen Gully ganz in der Nähe. Schutz Gully ein Gully. Ja. Hier ist ein Gully. Wo bin ich? Ich bin noch hier im Buckingham Palace. Ah. Ich bin hier. Okay. Hier ist aber auch ein Gully. Nein. Hier ist die Mission. Gott. Ist das alles verwirrend. Werd ich gar nicht angezeigt. Wir gehen mal hier raus. Okay. Jetzt sag mal. Bin ich hier komplett falsch oder gibt es Hoffnung? Ich will eigentlich nur zum Gully. Und ich hatte hier einen. Ich hatte hier definitiv einen. Ich will allgemein noch ganz gerne mal zurück zum Safe House. Damit ich endlich mal ein paar Sachen loswerden kann und wir endlich mal ein bisschen mehr tragen können. What? Wo denn? Was denn? Wer denn? Du hier drüben? Du bist ja noch ein Junge No 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 Ah der trifft mich natürlich für so einen Jungen machst du ganz schön Damage Ich hab keinen Bock jetzt zu sterben eine Flair Warte 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 ich brauche einen Kuchen ach Mist kann ich gar nicht mitnehmen Moment wieder zurück jetzt kann ich die Flair mitnehmen vielleicht sollte ich hier einen Kuchen essen den Dauerscan hier war doch ein Gully hier war definitiv noch ein Gully oh fuck warum sind hier wieder so viele und natürlich wieder so ein Vibe hoch motiviert die Vibers Schauen wir rein nix der hier drüben hast du irgendwas für mich oh achso Waren wir hier schon hier hab ich keine Karte aber wir hatten ja noch Türen okay ich brauche jetzt unbedingt so einen Kuchen wir hatten noch Türen die wir noch mit dem das wollte ich nicht die wir noch mit dem Dietrich öffnen können nur mal so als Info schmatz 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 lecker Kuchen ja hier waren wir auch noch nie oh hier ist Wasser und Wasser ist gar nicht gut was haben wir hier drüben wir scannen mal so Leuchtrakete für eine Leuchtrakete riskiere ich bestimmt nicht mein Leben trotzdem will ich hier durch ich bin halt komplett wahnsinnig ey fuck was ist das das ist doch niemals eine Kröte fucking zombie kröten fucking zombie pelikan ist hinter mir einer nee dachte eben ganz kurz bist du tot oh ne landmine träume träume werden wahr kleiner erkundung kleiner erkundung nur raben easy alles easy ein krüppel ist nur ein krüppel nur ein krüppel zombie keine panik ein halber zombie was will der schon machen ah hier drüben der tote ratte was soll ich damit kann ich damit vielleicht zombies anlocken frisst die ratte bro hier rennt noch einer rum ich seh schon ich seh schon hier drüben ist eine tür glaube ich die wir mit dem dietrich öffnen können munition nochmal gefunden ich bin schon wieder randvoll schon wieder habe ich keinen platz mehr gar keinen platz mehr oder kann ich hier nee aber die hier geht die hier hat die irgendwas yes hab ich es hinbekommen ich bin ich bin die frau ich bin die frau die alles kann ja eine abkürzung weil soweit ich weiß war hier irgendwas brauchbares ich bin damals hier durch aber hier oben war doch irgendwo noch eine tür mit einem keycard okay die war mit keycard ah aber guck mal hier warte erstmal hier rum erstmal kleinen blick hier um die ecke ich weiß nicht du da du siehst irgendwie so du siehst irgendwie so fucking lebendig aus du bist auch lebendig du bist lebendig ich hab's gewusst und ich bin mal wieder eine stufe aufgestiegen ich muss leveln deswegen will ich ein safe house das wird einfach zeit bleib liegen bleib liegen ich kann hier keinen gnadenstoß geben im wasser aus irgendeinem Grund aber jetzt nein da will ich gar nicht hin zurück 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 was war das was lebt denn hier boah ein Bulle ein fetter Bulle boah diese Zombies diese verdammten Zombies wie soll ich denn an den hier kommen der hat einen Kuchen dabei klar der Typ hat jetzt einen Kuchen der hat den leckeren Scheiß dabei kaum zu glauben jetzt bin ich wieder hier naja den Kuchen hätte ich ganz gerne aber den werden wir wahrscheinlich nicht erreichen und ich werde bestimmt keine Kugel verschwenden um den darunter zu schießen wobei ich weiß nicht mal ob das funktioniert öffnen ach jetzt bin ich hier guck mal an jetzt bin ich wieder hier gut langsam verstehe ich das ganze langsam aber sicher meistern wir das Labyrinth London und London ist ein Labyrinth könnt ihr sagen was ihr wollt aber jetzt war doch hier irgendwo ein Gully yes endlich endlich zurück ins Safehouse Schutz Gully wo war das Safehouse das Safehouse war hier ja home sweet home und keine Zombies hier weil die Tür immer schön zu bleibt gut gut okay du bist noch grün hinter den Ohren aber versuch zu zielen bevor du abdrückst irgendwas mitnehmen nope aber wir müssen auf jeden Fall wir müssen auf jeden Fall ein paar Sachen loswerden also du kannst rein ich hab so wenig Munition Schalldämpfer nein wie ich kann das Ding nicht mal ablegen ach komm das ist doch beschiss ohne Ende jup ich kann das Ding aus irgendeinem Grund nicht mal ablegen nö ich muss sagen ich fühle mich schon ein bisschen verarscht ich find's scheiße dass ich das Ding jetzt wirklich überall mit hinschleppen muss ich nehm mal hier noch so einen Kuchen mit für alle Fälle dann hier will ich gar nicht hin sondern 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 ich will hier noch upgraden wo war die Werkbank die war hier vorne gut wir nehmen auf jeden Fall die Schallgedämpfte ach hier kann ich gar nix machen und die hab ich ja gepimpt ah interessant auch wenn wir sterben bleibt sie trotzdem erhalten okay die Sachen hier sind wirklich ultra selten man sollte sie sparen was haben wir hier schönes eigentlich Stabilität kann das sein Feuerkraft Stabilität okay wir haben gespeichert ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge also mir persönlich macht das Spiel richtig Laune klar es ist ruhig es ist mir so überlegt und man wird auch nicht überall hingelotst das gefällt mir eigentlich ganz gut man kann sich so ein bisschen umsehen und selber nachdenken macht schon irgendwie Bock besonders weil man hier sich auch frei bewegen kann und wir sehen uns in der nächsten Folge lasst mir ne zombie mäßige Bewertung da und schreibt mir irgendwas mit Gehirn in die Kommentare rein ich will ganz viele Kommentare lesen über Gehirne Wissenschaft wie man sie zubereitet Kochrezepte so ein Kram eben ich will irgendwas Leckeres kochen Menschenhirn auf Eis Affenhirn ist out war hier schon immer ein Loch in der Wand gut mir immer danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bei